Hallo, wir sind heute auf der internationalen Bionecta-Messe. Hier sind im Moment über 110 Händler vertreten aus 16 unterschiedlichen Nationen. Wir haben uns hier heute einen ganz besonderen Stand rausgesucht und die beiden Damen werde ich jetzt einfach mal interviewen. Sie hat ihre Fähne aus dem Kind aus der Bionecta-Medievale Fähne zu haben. Sie hat die Medievale Fähne aus 10 Jahren angefangen. Sie hat die Fähne aus 14 bis 15. Sie hat die Medievale Fähne aus dem Allem aus Europa geführt. Sie hat die Fähne aus der Fähne aus der Fähne aus. Das ist eine von ihrer Fähne aus. Das ist eine französische Opelan. Sie hat die Inspiration aus der Real-Iconografen. Das ist eine Opelan. Das ist eine Opelan. Sie hat sie zwei Tage gemacht. Sie hat auch eine ... Die Poor Point des Charles de Bois. Und es war alles hand-made. Und es hat sie 72 Stunden gemacht. Sie hat auch für den Florens Museum gearbeitet. Und auch für TV-Programme. Sie machte custom. Das ist unsere 3. Jahr hier in Mynden. Und wir haben sie für die Invitation. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Es war schön zu sehen.